So, genießt die Aussicht, meine lieben Freunde. Hier haben wir übrigens noch ein Museumsstück, eine Kanone. Die wollte ich euch mal noch zeigen. Hat bestimmt ordentlich Bums gehabt. War hier auf die Gemeinde anscheinend gerichtet. Übrigens hatte die Festung, weil sie wie ihr hier sehen, sehr steil ist, den Nachteil, dass die Kanonen ja nur waagerecht schießen können, sonst rollt die Kugel runter. Das heißt, man konnte nur die Zufahrtswege beschießen, den direkten Weg nicht. Also wenn der Feind an der Festung stand, muss man ihn tatsächlich mit Handfeuer, Waffen, Stein oder Handgranaten besiegen. Hier ist übrigens aktuell nur Wallen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal noch die Kanone oder die Kanonen. Hier haben wir übrigens noch einen Wachtturm. Das ist auch ein Verboten. Das ist auch ein Verboten. Und noch eine Pestkassematte, wo die Leute isoliert wurden. So, hier haben wir noch eine Kanone. Wie gesagt, die Kanonen waren hauptsächlich auf die Zufahrtswege gerichtet. Da hinten haben wir noch einen Wachtturm. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.